Herzlich Willkommen zurück zu Ando 22.05. So, die muntere Aufstockerei hat wohl scheinbar gerade erstmal kurzfristig ein Ende gefunden, da wir, ja wie gehabt, mal wieder keine Grafen haben. Denn wir müssen unbedingt, ja, leider Gottes mal ein paar Missionen machen. Also ich schätze mal, die werde ich dann mal irgendwie die Tage zwischendrin machen. Da möchte ich jetzt die Aufnahme eigentlich nicht mit belasten, weil ich selber finde die Mission einfach, ja, nervig. So, Wasser haben wir genug, Strom haben wir gar nicht. Geht natürlich auch noch nicht. Das war klar. Gefällt mir jetzt richtig gut. Kein Strom, keine Grafen, ja, auf Deutsch gar nichts. So, das war noch mal weg. Oder behelfen wir uns mal eben kurzfristig mit dem Windpark. Ja, und bauen kann ich auch nicht mehr. Ja. Haben wir wenigstens ein bisschen Strom. Oh, die Grafen kriegen wir ja eh wieder. Habe ich auch als einziges, glaube ich, angelassen, dass wir da wenigstens ein bisschen was wiederbekommen. Äh. Ja, da haben wir natürlich einen großen Mangel. Wie soll das auch irgendwie anders sein? So. Hier müssen wir uns auch erstmal ein bisschen behelfen, wenigstens. Die werde ich nachher alle natürlich wegreißen. Hauptsache, es zieht erstmal ein bisschen was ein. Ja, da ziehen schon wieder welche aus, da. In der Tundra. Was ist denn da los? Weltuntergang, oder? Ach, Bergbauplätze, okay. Den Angestellten fehlt öffentlicher Zugang. Ja, das darf natürlich jetzt nicht sein, weil wir wollen ja immerhin auch hier die nächste Stufe erreichen. Da fehlen uns doch 10.000, wenn jetzt die Leute wieder ausziehen und sagen, no, keine Lust. Nehmen an, ist besser. Ja, das bringt uns gar nichts. Komisch, in der Tundra immer, ne? Merkwürdig. Aha. Achtung, Mangel an Transportern beeinträchtigt Produktion. Oha. Ja, gut. Also das nächste Mal, wenn hier so ein Bergbaukrieg ist, dann können wir uns einfach mal wieder drum. So geht das ja nicht. Daran liegt das wahrscheinlich jetzt auch. Was können wir dagegen noch machen? Ein Sieg im Krisensektor. Naja, bei vier Minuten brauchen wir das auch nicht mehr machen. 23 minus. 23 minus. Bringt ja auch immer nur sagenhafte Füllen. Machen wir das so. Sieht immer noch aus. Ja, der Krieg ist ja gleich vorbei und dann geht das ja auch weiter. So, wo sind wir stehen geblieben? So, wo sind wir stehen geblieben? Genau. Ein paar könnten wir nämlich noch gebrauchen. Ein paar Einwohner mehr. Wenn wir wenigstens ein paar Grafen hätten, ne? Die Inlegung für diese Rute läuft bald ab. Wollen Sie sie verlängern oder nicht? Ja, komm. Wenn sie nicht profitabel ist, wird sie gelöscht. Eben. Das sehe ich genauso. So, dann gucken wir mal. Die Arbeit scheint... Fangen wir von hier an. Gute Wahl. Ach, nee. Das ist doch alles doof. Also hier machen wir schon mal eine gerade Straße, sonst ist es totaler Käse. Da kriegen wir auch nicht mehr. Ziehen wir hier auch die Straße gerade. So. Die hätten wir. Das ist die Frage. Machen wir hier oben erstmal die Brücke fertig, was? Naja, 20 Minuten. Das dauert sowieso. Gut. Gibt es hier ein paar Grafen? Du hast ein sehr guter... Hier können wir auch durchaus nochmal ein paar ansetzen. Aber... Nicht, dass wir das vergessen hier. Achso, geht noch nicht. Gut. Ja, aufstocken wollen wir die noch nicht lassen. So, jetzt müssen die ja gleich wieder einziehen. Ja, aber... Hossa. Gut. Denn ist das nächste Ziel auf jeden Fall ein paar Grafen. Dann werden wir hier in die Mitte erstmal ein schönes Firmenhauptquartier, denke ich, setzen. Genau in die Mitte, würde ich sagen. Ach, stopp. Strom geht ja noch gar nicht. Ach, keine Grafen. Ich hab's vergessen. Gut. Ich werde mich erstmal um die Grafen kümmern und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.